Wie man jetzt im Hintergrund sieht, sind wir jetzt direkt auf dem kleinen Weingut Petit Seller 7103. Im Hintergrund sieht man das Haus, in dem die Weintanks stehen. Wir sind jetzt hier auf einem Weinfeld mit Chiroros. Und von hier kommt auch ein ganz toller, spezieller Wein. Er heißt Orange. Und da natürlich wieder die beiden Spezialisten. Was hat es mit dem Orange auf sich? Hast du das gesehen, Samrath? Irre. Also ich würde mich jetzt hinsetzen und würde hier Gedichte schreiben. Über eine Sonnenschreie oder Frau wie ich. Oder einen Picknickmann. Oder einen Picknickmann. Also guck dir mal, die Blumen, die sind alle für dich. Ein schöner Frühlingstag. Leute, Chiroros. Chiroros. Chiroros auf meinem Thema Blond. Da, aus dieser Finca vom Weingut, ist alles mit Chiroros bepflanzt, ist eine Weißweintraube. Autoktorn von der Insel Mallorca. Wir nehmen die liebevoll unser Chardonnay von Mallorca. Aber ich bin da nicht so einverstanden. Das ist ein ganz spezieller Weißwein. Die Farbe, wie man sieht, hat so einen Orangeton und das Etikett, wie du siehst hier, Sandra, konnte nicht anders sein. Der Citroën Beari, der klassische Fahrzeug seit Jahrzehnten hier auf der Insel. Wie kommt das, dass dieser Wein so eine Orangefarbe hat? Cool, ne? Ja, das liegt daran, dass die Trauben, wenn die ganz reif sind, die Haut ist besonders bräunlich. Ja, wir ernten die alle per Hand und dann wird gepresst ganz normal, wie beim Weißwein. Allerdings bleibt das sieben, acht, neun Tage in der Maische. So gewinnt er mehr an Farbe und verleiht dem Wein so Noten wie Honig ganz leicht, Mango, Papaya, Ananas. Also sensationell. Das ist ein, alles was ihr kennt über Weiß, Roserot, bitte vergesst ihr. Das ist eine neue Variante. Orange oder Brissad auf Mallorca. Ganz limitierte Auflage, 1200 Flaschen. Sehr limitiert, aber ist sensationell. Ist wirklich ein absolut brutaler Wein. Ich verstehe da der auch nicht. Nicht verraten. Nicht verraten, genau. Weil der schmeckt anders, ne? Wer den Wein nicht bestellt und kauft, der ist selber schuld. Das sage ich immer. Limitierte Auflage, Orange. Schaut euch das mal an. Er ist fantastisch. Auch mit Wachs versehen. Stimmt einfach alles. Wir haben sogar Kunden aus Kanada, die den Wein kaufen. Aus Kanada. Besonderes. Hohen zu euch. Ein paar Flaschen haben wir noch für euch. Der Orange Mallorca. Bist du auch dabei? Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Und natürlich auch über jedes Abo, das ihr für unseren Kanal abschließt. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.